Neue Runde, neues Glück! Weh, das leckt jetzt rum, ey. Meine Quest ist jetzt 2 Minuten lang vom Killer gejagt zu werden. Was ist das für eine Quest? Meine Quest ist jetzt 2 Minuten lang vom Killer gejagt zu werden. 2 Minuten lang? Aber nicht in einem Match, oder? Nee, insgesamt. Das wär echt hart, 2 Minuten in einem Match. Naja, das kannst du schon schaffen. Ja, du schon. Aber nur, wenn der Killer echt schlecht ist. Weil 2 Minuten, das ist schon... Ja, das ist heftig. 2 Minuten ist schon hart, ja. Neue Runde, neues Glück, würde ich sagen. Hoffentlich haben wir jetzt einen geilen Gegner. Irgendeinen leichten. Der Fallensteller oder sowas. Ja, der ist aber auch schon nicht ohne. Der ist schnell, glaube ich, oder? Der kommt immer so fast, weil er sehr schnell ist. Ja, der ist extrem schnell. Aber eigentlich ist er genauso schnell wie die anderen. Ja. Fallensteller, lol. Ich hab's verstehen. Einen ist gleich mal einer. Das ist jedoch gewünscht. Wieso sieht das aus? Oh, nein. Es leckt. Es leckt Hard. Es leckt Hardcore. Sollen wir gleich rausgehen? Ähm. Wir sollen ihm noch eine Chance geben. Der Fallenlegger ist es. Der ist bei dem Hub, wie er sich bewegt und umschaut. Also wir können es mal probieren. Wenn es zu sehr auf den Sack geht, würde ich rausgehen. Ich hab gar keinen Motor. Loll. Lass den hier ordentlich mal ab. Ihr könnt ruhig den Generator machen. Er läuft gerade bei uns. Oh Mann, und den kann man nur alleine machen. Er kann vielleicht Totems suchen. Er hat wieder den Hex. Klar, nicht anfangen. Jetzt weiß er, dass wir hier sind. Na gut, egal. Komm, jetzt machen wir durch. Komm. Ich muss auch gar nicht anfangen. Hext, oder was? Ja. Oh mein Gott. Aber nicht alle sind verhext. Oh Gott, ich bin verhext. Na gut, lass Totems suchen. Du kannst Generatoren weitermachen. Ich werde die Totems suchen. Und einer von uns muss mindestens auch noch die Totems suchen. Eigentlich muss jeder das Totems suchen, weil jetzt sind wir gearscht. Ja. Ja, eigentlich schon, ja. Wollen wir da gar nicht weitermachen. Wenn wir Glück haben, haben wir gleich eines der ersten Totems. Das Problem ist, wir wissen halt nicht, wo die Totems immer sind auf den Maps. Das ist auch so ein wichtiger, wichtiges Ding, ja. Sind die immer am gleichen Standpunkt, oder was? Ja, ähnlich. Oh, da ist wohl jemand in eine Falle gelaufen. Das stimmt. Das habe ich nicht gesehen, wo du hingelaufen bist. Sonst kann ich dich halten. Achso, ja stimmt. Ich habe es ja gesengt, ne? Boah, dieser Fluch, ey. Das ist so im Kotzen. Oh, das ist ja am anderen Ende der Map. Wie oft einfach. Ach, lol. Hallo. Hallo Skull. Er hat eine Falle in das Gebüsch vor mich gelegt. Okay. Ja, geht die Welt jetzt weg, oder? Ja, ist weggegangen nach links, Ding. Ach, 90%? Komm schon, das schaffe ich doch so. Von dir aus gesehen nach links, oder? Ja, von mir aus gesehen noch. Okay, da ist ein Totem. Ich zerstöre es mal. Dann kannst du mich holen, weil du bist am nächsten. Ja. Schon jetzt mache, ne? Darauf geachtet, wo er die Fallen hingelegt hat? Ja. Hat sie doch gesagt. Vielleicht haben wir Glück, Achtung. Nö. War nicht das richtige Totem. Wird schnell kommen, weil sonst ist es nicht vor der Hälfte. Ach, und genau. Jetzt geh hier vorbei, genau. Er ist bei mir. Er geht Richtung... Ich hab ihn nicht gesehen. Wo ist er? Er ist immer noch bei mir irgendwo in der Nähe. Ist doch behindert, Alter. Da sollen nämlich diese Totem sein. Also eins habe ich gefunden, aber das war es leider nicht. Ich glaube, ich bin seit drei Minuten hier rum und jetzt kein einziges Totem war. Ich habe eins zerstört, eins habe ich gefunden. Ich weiß nicht warum, wie sie spielen in das Spiel. Eher in der Mitte. Dumm und dämmliches Game, Alter. Er ist bei mir. Oh Gott. Lol, wieso sieht der mich? Der hat dich doch verfolgt, oder? Einfach nur zwei. Einfach nur dumm. Es ist einfach nur dumm. Ich finde kein einziges Totem, das kann es nicht sein. Ja, ich kann auch schon abschnappen die ganze Zeit. Backele. Ja, ich suche jetzt auch, das bringt uns nichts. Und ich kann nicht mehr rüber machen. Lol, hinter mir ist der Eingang. Hab ich nicht gesehen. Oh, wie viel... Er hat eins gefunden. Wow. Lass mich raten, es wird nicht das sein. Doch, die Wahrscheinlichkeit ist höher. Er kommt direkt zu dem, der gerade, glaube ich, irgendwo einen Tote macht, oder? Ja, super. Der dachte, dass noch sein Tod in dieser scheiß Camper holen soll. Ich hab's nicht. Mach's nicht? Dö. Oh, ey, das kann mir nicht sein. Der wohnt und läuft mir hinterher, also wir können ruhig... Mich befreien? Wie wär's damit? Oh, du läufst zu mir, du läufst zu mir. Haha, so ein Trottel. Haha. Wer ist denn da jetzt reingelaufen? Oh mein Gott. Ich lauf zu dem Toten, ich weiß zwar nicht richtig, wo es ist, aber... Ich glaub, genau zu dem Toten, wo du grad läufst, aber das hat er schon grad vernichtet, weil genau dort, wo du grad bist, hat er schon schon einen Träckung. Ah, da hast du es geschafft oder was? Ja, aber das war nicht das Richtige. Es ist... Der Fluch ist hier nur an einem Toten. Und es gibt's hier vier Stück in der Wiese mehr. Ich hab... Ich dachte, er hat's nicht geschafft, das zu zerstören. Achso. Du wirst den vor der Hälfte holen. Ja, das ist gleich... Das ist gleich soweit. Das ist knapp. Wirklich. Das wird richtig knapp. Dann müsst ihr jetzt durchrennen. Wirklich. Wer auch die Julia... Ich bin beim Durchrennen. Ich bin beim Kommen. Schnell, 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 schnell. Ach, scheiße. Jetzt ist soweit. Mist. Können Totems eigentlich auch... Diese Totems dauern auch so lange, Alter. Jaja, natürlich. Das ist so OP. Oh, ich hab das nächste Totem. Direkt neben Harten. Die Hälfte, der Hälfte ist erreicht bei mir. Jemand, komm. Am besten... Jemand muss kommen. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Gut, dann mach ich Generator. War wieder nicht das richtige Totem. Das ist unfassbar, oder? Wir haben jetzt drei Totems zerstört. Äh, ich hab das gleich erreicht. Ich bin... Ich seh keine Fallen. Ich lauf voll durch. Ich lauf durch. Ich lauf durch. Er ist bei mir. Ja, ich glaub du schaffst es. Alles. Komm, lass mal unten in den Keller laufen. Und da halten wir uns dann. Er klappt. Er kommt zu euch. Der ist schon unterwegs. Alter, der läuft halt ewig hinterher, Mann. Alter, nervt das. Jetzt bringt er mich bestimmt in den Keller oder so. Das sind wir grad. Wär echt ungeil. Jetzt hab ich's zusammen verkackt. Oh Gott. Julia, ich komm zu dir. Ich hab leider nicht gesehen, wo er hingegangen ist. Irgendwie war das so schnell weg. Kann hier auch ein Totem sein, ja, oder? Hier hab ich aber schon geschaut. Okay. Wir können gern nochmal schauen. Er ist nach links gegangen. Also der nächste Totem muss es sein, weil... Hier im Keller kann aber kein Totem sein, oder? Ja, er ist bei mir. Ich muss kurz aufpassen. Du bist hier im Keller, ist kein Totem, oder? Du hast eine Truhe. Okay, was macht denn der jetzt? Du bist wieder im Neben. Ach, wenn jemand die Luke sieht, zack, Bescheid. Weil ich hab nen Schlüssel. Gut, er geht weg, Julia, ich komm. Oh nein, jetzt leckst du wieder. Der kann mich holen. Ich bin schon unterwegs. Hol dich, hol dich, hol. Scheiße, hier ist ein Zaun. Hol dich, Julia, keine Angst. Hab schon. Ah, okay. Danke. Okay. Warte, Julia, ich lauf bei dir mit. Äh, bist du ins Haus reingelaufen? Ja. Ja. Gut. Jo. Witz, wir verbringen die ganze Zeit wieder mit Generatoren. Ist grad verpackt, kommst du mal kurz runter? Ja. Macht hätten, verbringen wir jetzt mit dem Totem. Er kommt. Alter, Alter, Hilfe. Boah, fuck. Er ist hinter dir her. Hinter mir? Ja. Mann, Alter, das kann nicht wahr sein. Ich hab das Totem gefunden. Ja, ich auch. Aber Achtung, da ist der Killer gerade. Ach, das ist das Totem, gell? Ich mach's jetzt einfach schnell. Du läufst weg. Lauf weiter. Genau. Mann, dieser Hurensohn stellt die Falle dahin. Wow. Das ist echt nicht blöd. Dann ist es safe dieses Totem. Ja, es gibt ja nur eins. Wir haben ja drei Stunden zu still. Ja, ich mach das Totem gleich. Ach. Ah, nee. Erst hab ich da mit dir. Erst hab ich da mit dir. Pass auf. Häng dich auf. Da steht die Falle neu. Die musst du jetzt gleich erstmal befreisen. Ja, aber der weiß wahrscheinlich, dass ich da bin, oder? Ich könnte dich auch befreien, John. Du könntest das Totemachen. Chris, ich geh zum John. Hier steht ja zwei Fallen. Ich hab noch eine lange Zeit. Entspann dich. Ich hab noch eine lange Zeit. Das sind zwei Fallen. Entspann dich jetzt mal. Der ist in seine eigene Falle gelaufen. Okay. Du machst zuerst das Totem. Scheiß auf mich, okay? Mach zuerst das Falle und das Totem. Go. Go, 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 go. Falle? Er kommt. Falle? Du hast noch Zeit. Du hast für alles Zeit. Ja, ja. Jetzt Totem? Lol. Das war jetzt schlecht. Weil jetzt läuft er direkt hierher. Ja, das war echt nicht so schlau. Weil hier ist auch das Totem Skull. Das war jetzt echt nicht so intelligent. Stimmt, sorry. Ich hab's. Ja, hinter mir. Alter. Nice, 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 man. Richtig geil. So, jetzt können wir hier gleich den Generator machen. Skull. Das war. War noch einer, oder nicht? Oder ist der schon fertig? Der ist schon fertig. Lol, der einzige Generator. Der kann er sein. Der kann er sein. Der kommt jetzt Skull. Ne, da hinten, da eben außerhalb ist einer da. Okay, dann sag wohin. Ich weiß, er ist direkt hier, der Generator. Na gut, dann gehen wir erst da hin. Ich komm mit. War zu dritt. Kann man denn zu dritt machen? Der muss gleich befreit werden. Achso, hängt sie hier, oder was? Ich bin blöd. Da fehlt noch ein Generator. Ne. Ich hab mich vertan, entschuldige. Ah doch, hier ist er. Oh. Hängt die Julia schon? Ne. Ja, du musst sie befreien. Hier können eh nur zwei Leute daran arbeiten. Okay, ehrlich. Ja. Ja. Ja, Julia ist aber es weg. Ehrlich, bist du tot? Er hat mich halt die ganze Zeit gechased. Keine Ahnung. Achso. Hm, blöd. Na gut. Du Arsch, der kommt jetzt nicht extra hierher, alter. Als ob er weiß, wo wir sind. Kannst du einen anderen Generator machen? Ich such grad einen, aber ich find grad keinen. Du wirst doch jetzt nicht... Nein, nein, nein. Lol, er ist schon echt noch. Er hat mich. Oh, nee. Du warst im Schrank, oder? Ja. Oh, nee. Er bringt dich runter. Er bringt dich, glaub ich, hier runter zu mir. Oh, ich find keinen Generator. Nein, nein. Ich bin oben. Ui, könnt nämlich mal wärmen. Das ist eigentlich lustig. Der einzige Generator, den ich finde, ist der, der das Gull schon gemacht hat. Wo er mich hinhängt. Genau da daneben ist ein Generator. Direkt, wo ich hänge jetzt. Ui, ich bin gleich noch näher. Da lauf ich jetzt hin. Er wartet bei mir. Er kämmt, er kämmt, er kämmt. Er macht ne Fahr... Ne, er kämmt immer noch. 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 Ich glaub, er geht jetzt runter. Ich glaub, er geht jetzt runter. Er geht jetzt runter. Obwohl, er ist beim... Was? Obwohl, ist das... Ich hör voll... Der Herzschlag ist sehr laut. Ich weiß nicht, ob das jetzt unter mir ist. Ich glaub, das ist unter dir. Oh, jetzt wird ganz lock. Das kam her, Leute. Der wird freien schnell. Habe ich schon gemacht. Aber wir scheiß auf den Generator. Wir müssen weg hier. Komm mit, weil dann heil ich dich. Ach, oder kannst du dich selber heilen? Ja, ich kann mich selbst hin. Oh, das dauert eigentlich länger, ne? Ja. Also, wenn du da bist... Ich weiß nicht, wo du bist. Also, ich bin genau in die Regeln gesetzt. Ich bin schon... Ich bin schon beim anderen rausgekommen. Hier ist ein Generator gleich. Geiler Scheiß. Er ist immer noch bei mir unten, Leute. Ich mach Generator. Ich muss mich grad heilen. Boah, das darf... Jetzt hab ich aber auch nichts, was das schneller macht. Das Heilen... äh, das Generator. Ach, dieser Fotzenbengel. Der ist voll... Dieser Bengel. Ich hab auch keine Ahnung, wo hier dieser Scheiß-Ausgang ist. Dieser vertickten Mad, Mann. So eine Scheiß-Mad. Der ist richtig gut als Killer. Also, wir stellen uns eh echt gut an gegen den, ne? Ah, Wichser, Alter. Hingst du schon mal? Ne, mach durch den Generator. Ja, ich mach erst Hälfte. Ich hab erst Hälfte. Es geht sau langsam. Ah, ich hing doch schon mal. Zweimal sogar. Oh, dann bist du tot, oder? Ja. Ach, du Scheiße. Ja, natürlich kommt er zu mir. Naja, ich glaub nicht, dass wir das noch gewinnen, aber... Wenigstens haben wir es ihn schwer gemacht. Oh, leck, Alter. Die Karte. Wo kann ich denn hier bitte abhauen? Oh, Leute. Wie viele Skill-Checks ich jetzt machen musste. Oh, Leute. Er geht in den Keller. Oh, Leute. Er hat mich verloren. Er ist in den Keller gegangen. Irgendwo muss doch dieser verdammte Luke sein, oder? Oh, der Generator ist, glaub ich, mein Todesurteil. Irgendwie hab ich das Gefühl. Oh, der ist leid. Oh, nein. Du wirst doch jetzt nicht. Einfach drei Generatoren zu zweit. Ja, Mann. Es ist echt bad luck, dass dieses Totem so fucking heftig gespawnt war, gell? Ja. Ja. Er ist immer noch bei mir, der sucht mich irgendwie gerade vor. Oh. Lol, ey. Der hat doch irgendwelche fucking Perks drin. Die sind richtig stark, ey. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich zum Generator gehe. Lol, da ist der Falle. Oh, lol. Du warst ja direkt bei mir. Bist du am Arsch, oder? Ah, ja, ja, klar. Der ist, alter, der ist richtig gut mit dem Fallenstelle. Leckt mich am Arsch, ey. Der würde wahrscheinlich sein Hobby sein. Der würde dich jetzt abcampen, denke ich. Er geht zu dir. Uah, ich muss ja kämpfen. Er kämpft bei mir immer noch. Er tut... ...ne Falle direkt beim Fenster wieder hin. Er nimmt's wieder. Er tut eine Falle wieder beim Fenster hin. Und eine Falle direkt... Nicht bei mir, okay. Er geht weg von mir. Bleibt aber immer noch in meiner Nähe. Äh, näher, er kämpft mich ab. Aus sicherer Entfernung jetzt. Ist er eventuell weg, aber... Könntest du mich erwähnen? Ähm, ja... Wohl nicht. Dann komm, wir haben eh keine andere Wahl. Oh, wie schnell der wieder da ist. Süßes Kätzchen, komm her. Ja, er hat mich besser. Ja, du bist tot, ne? Ich bin tot, ja. So, ich... Findet... Sucht mal jemand die Luke. Vielleicht weiß der jemand, wo die Luke ist. Luke wurde schon mal gefunden? Ne, oder? Äh, ich hätte sie nicht gefunden. Loll, ist das die Luke? Ne, das ist ein Zaun. Der weiß wahrscheinlich exakt, wo die Luke ist. Hä, warte, die Luke! Ich hör's doch! Wo ist er? Sucht mit! Äh, ich bin nicht mehr am Zuschauen. Rechts, rechts... Da, irgendwo da ist... Ne, du gehst weg, du gehst wieder... Vielleicht... Drinnen? Vielleicht ist er unten? Oh, jetzt muss ich wählen. Und, unten, unten, geh runter, geh runter, geh runter! Links, 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 links! Rechts! Da! Oh mein Gott! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da hat's einer geschafft! Wie viel Lack du brauchst, damit du diese Luke erwischst! Oh mein Gott! Aber der war richtig gut! Der war nicht gut, der hatte halt einfach einen OP-Perk und Glück, dass sein Totem nicht gekundet wurde! Wir haben das Leben lang keine Generatoren in den Schritt machen! Ja! Richtig lang, ja! Hätte er den Perk nicht gehabt, hätten wir Generatoren gemacht! Ja! Da hätten wir ewig Zeit gehabt für die... Guck mal, wie viel Zeit wir für die Perks verwendet haben! Ja! Dann haben wir noch zwei Generatoren gemacht! Den dritten habe ich schon zur Hälfte gemacht! Nein! Das war schon... Ultra! Na ja! Also wie lange wir da Zeit verschissen haben! Holy moly! Das war richtig lange! Na ja! Na ja! Na ja! War auch wieder ne schöne Runde! Na ja! Na ja! Was! Wir waren trotzdem gut! Es war ein Spieler-Din! Es war nicht einfach nur so ein Traufer und jeder stirbt! Alle zwei sind gut! Na gut! Für dich vielleicht! Das war nicht cool! Na ja! Na ja! Na ja! Bis zur nächsten Runde! Tschüss!